Okay, warum hat er jetzt so Faxen gemacht vorhin, dem das zu erzählen? Ja. Und warum kommt jetzt noch eine dritte Katzin? Naja, ich schwitze bald aus den Augen, wenn dann umher so viele Szenen kommen. Ist ja auch echt traurig, ne? Ja, das ganze Kindergeld, was er jetzt nicht bekommt. Gab's das damals schon? Stimmt. Oh mein Gott, ein Krankenhaus. Shit. Ich liebe komische Spiele und kann heute spielen. Silent Hill zum Beispiel. So, guter Mann. Okay. Alles okay? Oh, ich hab den alten Mann glücklich gemacht. Oh Mann. Ja, alter Mann. Ich hab ihn jetzt schon in mein Herz geschlossen. Oh Mann. Okay. Warum höre ich dem Gespräch von dir hin zu? Warum werde ich jetzt gefragt? Deine Mutter ist doch bei dir. Du hast deine Mutter hier, um dich anzupacken. Ja, aber ich bin schmerz von einem Doktor. Was? Oh, Zwillinge oder Lesben. Beides. Hey, das ist besser, als sie dir in den Korn fügen. Ich schmunter hier die Leute auf. Ich schmunter hier die Leute auf. Jetzt rede ich nochmal mit denen. Viele gute Pornofilme mit Zwillingen. Warum? Mr. Wann war? Nein, ich glaub nicht. Die Fragen. Stimmt das, Mr.? Ihr seht absolut gleich aus. Alter. Also die Auswahlmöglichkeiten sind manchmal sehr merkwürdig. Er hat nur gesagt, dass er nicht weiß, oder? Du bist richtig. Ich weiß gar nicht, dass er nichts über Jeans weiß. Er weiß aber viel über... ...VED-Jeans. Haha. Du bist der erste Mal im Krankenhaus? Ja. Das ist zu viel. Hier sind so viele Leute, mit denen man reden kann. Ich will den Hinweis gut. Ich hab' dem Kind gerade empfohlen, dass er den Arzt ins Gesicht schlagen soll. Ich hoffe, ihr habt keine Probleme damit, dass wir auch mit allen Leuten reden, so. Und wenn ihr Probleme habt, guckt nur auf meinem Kanal. Ja, das macht Sinn. Ich finde, er ist zu alt. Sorry, du seemst zu alt, um zu fahren. Was? Oh nein, ich bin nicht seine Weine. Nein, sie ist meine Frau. Bitte nicht erzählen, jemandem. Du hast meine Worte. Wem solltest du das auch erzählen? Geh weg von mir! Ich bin kontakierend! Du bist? Ja, ich weiß noch nicht, was es ist, aber du solltest definitiv weg von mir bleiben. Aha. Ich hatte einen Freund, der ein Hypochondriac war. Ich bin kein Hypochondriac. Du bist nicht? Oh, well, eigentlich, dein Gesicht ist ziemlich swollen. Huh? What? Where? Are you serious? Oh mein Gott. Der verarscht den einfach. Ist er wirklich so schlecht? Ich bin kein Hypochondriac, huh? Rede ich schon mal mit dem... Alter, das ist ein Inder! Willst du mir einen Telefonvertrag vielleicht verkaufen? Äh, was ist passiert? Äh, was ist passiert? Ähm, ich habe meinen Rippe. Bei, äh, bei Arbeit. Aha. Ich glaube, du bekommst einen schönen Verkaufsverkauf. Hey, was hast du gesagt? Du hast mich gehört. Okay. Ja. Du siehst, wie du hast durch die Hölle und zurückgebracht. Wir waren im Auto-Akzident. Ha! Mit so einem alten Volvo, oder was? Just curious. What caused the car crash? She says, I fell asleep at the wheel. He did. You did. He did. Are you sure you should be driving, old man? Of course. I'm an excellent driver. Excellent, huh? He's crashed the car three times already. Das ist ein Thema, das müssten wir ihn rausgerotzt ansprechen. Autonfälle? Nein, alte Menschen, die Autofahren. Achso. Und warum sagst du mir das? Weil dann wird es nicht mehr zufrieden. Weil dann wird es nicht mehr zufrieden. Weil dann wird es nicht mehr zufrieden. Alter, unbedingt. Äh. Vielleicht ist es jeder auf oder was. Bevor ich es vergesse, mache ich es direkt nebenbei bei den Gesprächen. Ich habe einen Hypochondriac. Also was über deinen Doktor, dann? Was muss er über das sagen? Das ist das Problem. Er denkt, ich mache all diese Dinge ab. Kannst du es glauben? Ja, ich kann es. Vielleicht solltest du es auch beginnen zu glauben. Du bist nur wie alle anderen. Aber guck dir mal, seine Nasenlöcher an. Die leuchten weiß. Jetzt siehst du es nicht mehr. Aber du hast es drangellt, den Fähnen gedrückt. Nö. Du solltest du es stoppen. Warum würde ich es faken? Easy. Anfänger Geld, natürlich. Fuck you. Du solltest du chillen, bevor ich dich fühle, dass ich eine echte Schmerz fühle. Okay. Ja. Lass mich allein. Guck mal, das sind genau die gleichen Zeitschriften wie in dem Kiosk. Wahrscheinlich gibt es auch nicht mehr als zehn Zeitschriften zu dem Zeitalter. Sieht nicht gebrochen aus. Ich bin Doktor. Ihr Arm sieht nicht gebrochen. Vielleicht spraint. Oh. Du denkst? Es sieht sicher wie es. Warum hat er die Zeitung jetzt weggeworfen? Weil wir auf dem Titelblatt waren. Achso. Das ergibt Sinn. Wir können hier ein Spiel spielen. Viel gewinnt. Alter. Also ich hoffe, sie können auch noch mit der Afrofrau reden. Okay, sicher. Vincent. Geh über hier. Der guckt nach links. Ich stehe die rechts neben ihm. Gut. Guten Abend, Herr. Wie kann ich dir helfen? Ähm. Meine Frau hat gerade entbunden. Meine Frau hat gerade ein Baby. Oh, Herzlichen Dank, Herr. Danke. Also, äh, welchen Weg zum Maternitätswahrer? Ähm, einfach, ähm, ziehe den Elevator zu dem Topfloor und dann folge die Signale. Danke. Danke schön. Schock hätte. Ja, ich denke, mein Arm ist kaputt. Nein, das ist nicht. Warum kannst du nicht mehr verstehen? Ich versuche. Nein, du bist nicht. Du schlägt, dass ich schlägt. Ja, weil du bist. Ich kann nur nicht helfen, dass ich in Schmerz bin. Sorry, aber es klingt mir, wie du es nur benutzt hast, um es zu weinen. Sir, mit all deinem Respekt, wir haben eine private Gespräche. Oh, du nimmst das eine Gespräche? Oh, mein Gott, danke. Oh, ho, ho. Hm, hm, hm. We're on his side now. Leo ist immer so der, der die Gerechtigkeit verteilt. Come on, just one game. Alter. So, jetzt spiel ich vier gewinnt. Ich, ich feier diese Minigames. Oh. Ist so lange her, dass ich das letzte Mal vier gewinnt gespielt habe. Ich seh, ich werde dich fertig machen. Ja, überleg mal, ne? Ich kann diese Spiele halt fast gar nicht. Shit. Ist natürlich auch sehr spannend für die Zuschauer zu sehen, wie wir hier vier gewinnt spielen, aber es wird wahrscheinlich einen Erfolg wieder geben. Ja, ich denke auch. Ja, was soll denn das? Ähm. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Überleg mal. Gibt's überhaupt ein Unentschieden bei vier gewinnt? Ja, 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 klar. Warte. Jetzt muss ich auch kurz überlegen. Doch, okay. Da, da will ich's hinsetzen. Das ist jetzt schlecht. Aha. Okay. also willst du es mir auch nicht einfach mache hier ne das schlimme ist du gewinnst bei sowas halt immer so aus versehen du ich finde man kann auch nicht wirklich planen wie man die züge ja das stimmt allerdings du kannst dir halt vorstellen so ja okay da könnte ich den jetzt hinsetzen aber ich weiß nicht wo mache ich denn ja ich glaube ich sehe sogar ein unentschieden kommen alter was machst du auch okay hmm mhm scheiße mhm 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 moment ja lasse ich kurz überlegen ich glaube ich bin kurz vor einem sieg aber ich glaube auch ich glaube auch also ich sehe für mich zwei möglichkeiten ja das ist schlimm doch ich habe gewonnen scheiße ja hast du fuck alle ich bin so gut zwei seiten was aufgebaut ja wenn du links rein tust du rüber wenn du rechts rein tust du rüber unter vier ich gewinne mit keinem von den beiden ne ich weiß nicht ob du noch was ne doch oder ich habe gewonnen wie lange war das schon ready doch alter okay fuck kein achievement ich bin alle hättest du es jetzt aus zufall dann doch auf rechts getan dann hätte ich gewonnen okay schade kein achievement ich bin haben wir um sonst die zeit unserer zuschauer ja verschwendet auch entwickler ich bin doch da ach fahrstühle ein traum wieso haben wir eigentlich noch nicht unsere frisur rasiert frisur rasiert warum soll nicht so frisur rasieren wenn wir den k.o. schlagen was machen wir wenn der fahrstuhl auf aufkommt und oben steht einer davor wegen ich bin hierfür ja wir sagen einfach wir sind so ein steuerberater war die richtige entscheidung da unten noch ein stockwerk wo wir mit jedem reden können ich hoffe hier sind nicht so viele so links zum maternity ward eine chemo frau die raucht ist doch der schlungenkrebs wahrscheinlich wo wirst du hin habe ich auch kein da sie ruhig verrechnen tun sie schon oh mein gott was wenn du an allah denkst und immer für ihn biete betest dann passiert dir schon nichts was machst du da was ist das aber wir müssen das vielleicht gleichzeitig machen das ist schwer als abhängig ich glaube ich habe es nicht verstanden du wirst das ding halt immer da drinnen halten ok immer drauf und wir starten gleichzeitig ok 321 ach ich muss gedrückt halten naja ok gut ich verstehe ok balancieren das ist schwerer als ich denke man denkt man muss sich auch richtig konzentrieren das ekelhaft ist halt an meiner mechanischen tastatur hört man es dann noch so laut ok lass mal weitergehen irgendwie erwarten wir immer zu viel achievements die es dann doch nicht gibt kann sie in die leiter wegziehen das wäre schön es ist kein geist ich weiß nicht warum ich auch immer mit den leuten so rede ok oh hier sind die babys alter das ist ein typ der so der 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 ist doch im zweiter geflogen oder ist ja noch vor der welt weltzeit was wirst du gerade an deuten der sieht aus wie pakistan ok hoppala schaut an den starten direkt wo sind die babys da rechts da rechts ja kleine dicke kinder kleine dicke kinder kleine dicke kinder was geht pakko wir brauchen nichts dringend muss man vorstellen du gehst in irgendeine babystation und redest irgendeine wildfremde person immer an ok alter da gibt es gleich einen schalde links und rechts wenn du mir nicht glaubst Setz dich mal zu mir, mal gucken, ob was ist. Ich mach jetzt mal den Fernseher an. Okay. Alter. Hey Vincent, komm, check it out. What's up? Look, they're broadcasting for the moon. Cool. Hui. Was passiert da? Oh. Alter. Ich frag mich, wie lange wir da zugucken müssen. Oh. Okay. Oh mein Gott, was ist denn mit dir? Was passiert? Okay. Ich schwöre, das war nur reiner Zufall. Dass ich... Dass... Ich wusste nicht, dass irgendwas passiert, wenn wir uns zu zweit da hinsetzen. What the fuck? Was ist das? Du siehst, wie ich hier rumlaufe, ja? Ja, ich seh das. Ich spring mal. Ui. Gott. Was ist die Hölle? Ja. Ich kann fliegen. Ey. Was ist das? Shit. Das ist das geheime Ending auf dem Mond. Wir waren nie auf dem Mond. Das weiß man doch. Das war mit die verwirrtste Szene, die ich jemals gesehen habe. Ja, das... Das war merkwürdig. Das war mit dem Mond. Ich denke. Ja.